Wer pflegt, hat Verantwortung. Er hat die Verantwortung für denjenigen, der sich nicht mehr selbst helfen kann. Diese Aufgabe ist enorm und geht weit darüber hinaus, pflegebedürftige Menschen nur satt und sauber zu bekommen. Der Anspruch, auch pflegebedürftige Menschen eben als das zu behandeln, was sie sind, nämlich Menschen, leidet oft, sowohl bei professionellen Pflegekräften als auch bei pflegenden Angehörigen. Oft sind es enge Dienstpläne, Zeitdruck oder die eigene Überforderung mit der Situation, die es Pflegern und Pflegebedürftigen gleichermaßen schwer machen. Dabei kommt es gerade im häuslichen Umfeld zu Konfliktsituationen, die häufig in Gewalt münden. Damit ist nun nicht körperliche Gewalt wie das Schlagen oder Stoßen gemeint. Oft reichen schon das Eintreten ins Zimmer ohne anzuklopfen, ein harter Umgangston oder das Wartenlassen aus, um bei demjenigen, der auf Hilfe angewiesen ist, das Gefühl entstehen zu lassen, ich bin nicht erwünscht, ich bin meinem Pfleger zu viel, ich falle den Menschen zur Last. Dieses Gefühl zu vermitteln ist auch eine Form von Gewalt, die oft unbewusst geschieht, die sich auch nicht immer vermeiden lässt. Man kann pflegende Angehörige verstehen, wenn sie neben ihrem Beruf und den eigenen Kindern zum Beispiel ihre eigenen Eltern pflegen müssen. Viele gerade Frauen, die einen Großteil der Pflege übernehmen, werden davon aufgerieben. Am meisten macht sie dabei fertig, sich selbst einzugestehen, dass sie es nicht schaffen oder nicht schaffen können, ihre Angehörigen so zu pflegen, wie sie gerne möchten. In diesen Momenten Hilfe und Beratung anzunehmen, kann schon viel bewirken, für alle. Doch auch professionelle Pfleger, ob nun ambulant oder in Pflegeheimen, arbeiten oft an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Dabei bleiben menschliches Mitgefühl und Nachsicht oft auf der Strecke Not gedrungen, wenn es der Dienstplan so vorsieht. Darüber zu reden und Wege zur Verbesserung zu finden, ist ein erster wichtiger Schritt, wie zum Beispiel jetzt am 31. Mai beim vierten Präventionstag mit dem Thema Gewalt im Alter. Hoffentlich nehmen viele Menschen dieses professionelle, kostenlose Angebot wahr und tauschen sich mit den Experten aus. Denn so kann es gelingen, Pfleger als Menschen zu sehen und nicht als Maschinen und Pflegebedürftige ebenfalls als Menschen zu erkennen und nicht als Last.